Ja, okay, pass. Das ist schon laut. Ah, lieber Mi-Nutzer, mit dieser Nachricht möchten wir darüber informieren, dass der Miiverse Infoservice am 8.11.2017 um 7 Uhr MEZ eingestellt wird. Ich habe lange nicht mehr Wii U gespielt, glaube ich. Mario Kart 8, herzlich willkommen und einmal zu Mario Kart 8. Nein, nicht Deluxe. Ich habe Deluxe zwar jetzt mehr auch gekauft, aber ja, wir wollen Mario Kart 8 noch was zusammen fertig machen. Und zwar noch die Cups, die ich noch nicht auf 3 Sterne habe. Und ich werde zusammen cutten. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich habe keine Kopfhörer auf, weil mir das auch ein bisschen kaputt ist. Und ich habe hier den geilen Merch von Summer Jam an. Sehr nice und sehr stabil. Und ja, viel Spaß mit dem Video. Gelber Yoshi ist ein Ehrenmann und dieses Kart, würde ich sagen, ist auch ein Ehrenmann oder ein Ehrenkart. Und wir fahren erst mal Spezial-Cup. Gut zum Anfang auf jeden Fall. Ja, Ripp auf jeden Fall. Fängt gut an. Also die Abkürze kann ich auch noch in die Einrichtung. Oh Gott. Die Bombe des Todes! Sehr schön. Ja, ich habe sie geschafft. Und wir sind erst herr, nur die Karte an. BAM. Oh, fast BAM. Ich treffe ihn schon noch. Ihr seht jetzt sehen. Hahaha. Nein, ich wollte anderes Robot nicht in dir drin. Aha. Nein! Mir ist egal, juckt mich eigentlich überhaupt. Verdammt viel. Was macht mein, was macht Lakito, du Vollidiot? Ja, genau dich mach ich, Lakito. Als ob ich da jetzt nicht mehr vorbeikomme. Das ist doch ein Choke. Ein Pilz, oh Gott. Nein! Du unter! Ihr Lakito seid doch alle. Steckt doch einer in einem Hut oder was? Das heißt. Komm, ich muss noch an ihm vorbei. Gas, gib Gas! Hahaha. Nullwitz. Junge! Ich wollte, eigentlich haben wir schon vorbereitet zu sagen, unspektakuläres Rennen und dann passiert sowas am Ende. Oh mein Gott. Aber diese Lakito stecken alle in einem Korb, wie nennt man das? Und unter derselben Decke. Das hört sich komisch an. Ihr wisst, was ich meine. Die sind alles solche Fieslinge. Ich habe gesehen, wie mich Lakito zurückgesetzt hat. Er hat erstmal um die halbe Map so getragen. Und dann hat er mich auch noch weggebombt. Also mit dem Peter Piranienpflanzen. Also, Lakito hat bei mir jetzt ziemlich ein schlechtes Ansehen, würde ich sagen. Ich habe einen Drehwurm. Äh, roter Panzer. Geiler Typ, er fliegt einfach über mich drüber. Das war falsch. Zerstört, Alter. Junge, wo kommt der im Kugel Willi her? Geh weg. Lakito. Und da beenden wir diesen Grand Prix. Oh Gott, ich habe es untergefallen. Ohne, dass nur ein Blaupanzer herkamen. Drei Sterne. Ja. Der Crossing Cup nun. Auch 150 CCM, aber diesmal wieder gespiegelt. Und mal gucken, ob wir hier was erreichen können. Der Affe treffen Affe. Ja. Ja. Oder doch. Oh, das ist ja verbot. Ha, Affe. Oh, verkalt. Hilfe. Nein, meine eigene Shell. Loll. Ah, grüner Shell. Oh nein. Nein. Leute, ich bin's Hexter. Siebter. Nein. Hau ihn zusammen. Nein. Nein. ok und der crossing club hat nicht so gut geklappt und deswegen machen wir den glocken cup ich habe euch weg wieso kann man jetzt überdachten wenn sie die ganze zu nass ist das doch gefährlich schon wieder ohne wiesen leitplanke unter fahrschutz irgendwas jungen what the fuck das war nicht so die gute sache eigentlich aber okay ja erster ich würde zu langweil gesprungen Hallo, U-Bahn. Ui, bin weg. Oh, fiese Bananen. Oh, U-Bahn. Erster blauer Panzer in diesem Part. Okay, die U-Bahn freut sich auch. Blöde U-Bahn. Ja, lass mal den letzten abballern, oder? Wieso habe ich den roten Panzer? Warum bekomme ich den ersten roten Panzer? Egal, ich beklage mich mal nicht. Ich habe mich vor eigenem Panzer treffen lassen. Das ist ein Witz. Juhu, Big Blue. Ja, geht so. Ich kann die Map eigentlich gar nicht. Ich bin der erste, verstanden. Im nächsten Cup geht es bestimmt auch ab. Nein, nein, die treffe mich. Ich merke auf, ich hasse anfangen an den Berg. Danke für die Münze. Dika, was ist hier los? Ach, das nehme ich noch einmal. Freulein-Sauce. Du hast ja gar kein Geschlecht, du, der ist so verwirrend. Nein, Feuer. Der Stunkey kann es und Feier. Der Stunkey kann kostet mir den ersten Platz und ich kotze. So, Dreifuss kann man nicht so toll. Wir machen es im Nitz Cup und der wird voll. Lol. Jetzt, ja, da zieht er vorbei. Das ist prima. Yoshi in Gelb-Isla. Wir springen und machen tolles Tanz in der Luft. Und wenn wir was, ein Item brauchen, wir fahren durch eine Itembox. Klaus. Ah, Banane! M-M-M-Nein! Mann, du! Lüster! 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 Oh, die Frisur ist kaputt. Tsk. Kannst du lustig und sagen, jetzt ist welche Frisur, du hörst doch nur so ein Krumm mit der Haare auf dem Kopf. Und dann sag ich, hey, ich bin nicht Larry. Ich bin jetzt nicht Larry, du heißen der? Easy, ne, kann auch heißen der Typ. Er sieht aus wie ein Larry, ich bin nicht ein Larry. Ah! Höftze debben, Donkey Kong? Das ist sowas von 2017. Guckst du bescheuert, merke mich nicht. Alter, was schiebt ihr mich weg? Ah, er heißt Lemmy, mir ist es eingefallen. Lemmy. Oh. BANANA! Ich hab's gesehen, aber nur hab ich mir mal Ausweich erkenne. Ja, nicht so gut. Okay, sorry. Liebe Kinder, trinken nicht zu spät. Ich sehe keine Uhr, weil da mein Facecam drüber ist. Was tue ich hier? Bringt nicht zu spät Cola. Cherry? So Cherry, ja. Nicht guter Cherry trinken. Die Kirschen steigen euch zu Kopf. Mama, das geht doch nicht normal. Das hat mir doch gerade schon. Ja, mein Sohn. Äh, nein. Ja, mein Sohn. Es tut mir leid. Ah, ich raus den aus. Diese blöden... Ja, bitte feuer den da ab. Bitte. Feuer den ab, feuer den ab, feuer den ab. Feuer den ab, bitte. Feuer den ab, du Stück. Tomatenkäse. Du hast er, 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 er. Okay, dann war's das hier mit dem Blitz Cup. Ich... Mach' nie näh so rein. M-m-m-m. Okay, sorry. Ich war gerade sehr gehypt auf die Musik, aber... Nein, irgendwie doch nicht. Digga, wie auch willkommen der rote Panzer? Der soll eine rote Karte bekommen und ich will mitfahren! Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Wow, edel. Edel. Edel dazwischen, doch gesprungen. Und nun, über... Jeder kripte an der Innendua und... Willan... Tod, tot, 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 tot. Warte, fuck, vorbeifahren. Wieso? Hat er mir nie getroffen? Ja, sehr nice. Auf jeden Fall. Ein Stück Scheiße. Alter, Junge. Ihr wisst nicht, wie mir der für den Sack geht, dieser... Donkey Kong. Vom letzten dran und erst. Und jetzt hier läuft... Wird er mich schon wieder provozieren. Echt unglaublich. Richtiger Affenkopf. Seeadler. Ohne Scheiß. Oh, 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 oh. Pfff, oh mein Gott, das war gefährlich. Und der Münze gewinnen wir ganz spektakulässer rein. Wir fliegen und machen einen Sturzflug ins Ziel. Oder landen einfach ganz sachte. Erster Platz für gelber Yoshi. Yes. Es ist Weihnachten und neben gelber Yoshi seht ihr jetzt auch gelber M&M Weihnachtsmann. Frag mich nicht, warum der stand gerade da. Schon wieder hat er einen Rundpanzer. Das ist doch ein Witz. Der Typ, der ist doch ein Witz. Haha. Oh Gott, das feiert er mich ab. Was macht das denn? I don't know. Der Affenkopf. Sie hat keinen Bock, mir die Brote drauf zu hauen. Aber er ist auch schon sehr weit hinter mir. Ich trau mich mal und hol mir eine neue Seite. Mal gucken. Kommt jetzt ein Blitz oder kann ich mich verteidigen mit dieser Tröte? Stimmt's? Da oben ab. Ich hasse mal an dem. Nein. Das sind viele, viele, viele bunte Pilze. Die einfachen können. Nein. Das hört sich nicht sehr gesund an. Bunte Pilze reden. Wenn ihr mir denken könnt. Nein. Nicht darunter. Erster Platz. Warte mal, wer einen Rundpanzer hat. Hm? Oh ja, scheiß ernst. Wieso kommt ihr immer einen verdammten Rundpanzer? Er ist halt immer erster. Oh Gott. Immer diese Affenkopf. Seeadler unglaublich. Nein. Als Haupt der ist auf halbdurch. Ich bin genug gefahren. Retarded. 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 Entweder du bläst meine Flöte oder du gehst in meine Tröte. Moha. Mh 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 mh. Cool. Hey Brüder. Gelbe Yoshi. Ihr seid doch meine Homies, oder? Was? Die anderen fanden schon los? Nein! Oh, Gelbe Yoshi. Das sind games Yoshi. Oh ja, geil. Sweet. Nö. Hehehe. Ehehehehe. Ich glaub tot mach ich dir nicht. Haha. Hehehe. Dann reiches ist ein Heim ...ayıh ne... behavedes ... Ich bin hier heimisch auf dem Amp, ich muss mich gewinnen. Tch,es gilt hat nicht. Wie Obrigada ist... sponsors dez norte den Rundpanzer Amtsusverfahren? Die Runde ist mit mehr. Tch, wir guilty. Näääh, geh weg, alter! Keiner mag dich! Blaue Panzer! Ja, schön, mal wieder den weg zu... weg zu feuern, ey! Den ich mag ich! Hi, Gabby Yoshi, hiiii! Hi, Gabby Yoshi's! Oh! Hi! Oh, süß! Wie er den Gabby Yoshi's winkt, der ist so süß! Gabby Yoshi's toll, ich mag Gabby Yoshi's! Schreibt in die Kommentare, auch, weil Yoshi's toll ist, bitte! Dankeschön! Oh, cool! Die habe ich noch nie gesehen! Irgendwie habe ich sie nie gewonnen, oder? Äh, lol! Man sieht's sein! Äh, seine Augen! So! Äh, für all die's noch dran sind, die's durchgehalten haben, seht ihr jetzt mal einen exklusiven, süßen, gelben Yoshi! Ich liebe den gelben Yoshi! Und der, der draufsitzt, der kann seinen Kopf mal hier reinstecken, aber... Ich hab nur alle gelben Yoshi's so süß! Gelben Yoshi's so süß! Gelben Yoshi's so süß! Wir fragen mal, Gabby Yoshi, wen wir nehmen sollen! Den da? Nicht? Ja! Nein! Okay! Aber warte, wir wollen den hier nehmen, oder? Hä? Ja! Pfff! Pfff! Nein, ist runtergefallen! Ah, dieses Video ist so retard, es tut mir echt leid! Dieses gelbe Video und dieser gelbe Motorroller, dieser Fashion Scooter wird Ihnen präsentiert von gelber M&M-Typi! Okay! Und gelbe Bananen Cup! Und gelbes OK-Schild! Yeah! So, hier schon hierzu mal kurz, beziehungsweise nicht kurz, sondern die werden das entspannt genießen! Erste Rennen! Yeah! Ah! Ah! Vielleicht noch einer, Mann! Junge! Er hatte was bei Spammen, die so rum, echt unnötig! Tottochaot, bleib stehen! Oh! Oh! Warte, wird es übel ergehen! Huh! Der ist tot, tot hat ein Bumerang-Rang-Rang! Habe ich das gut gemacht? Echt? Stabil! Oh Gott! Ich habe meine Cola Flasche umgeworfen! Warum nicht keiner gehört? Oder gesehen? Oder gerochen? Da gehe... Fährt? Ne, der hatte ich schon! Gefühlt! Tief im Herzen! A la Coca-Cola-Diebhaber! Es tut mir leid! Nein! Du bist so tot! Leider sieht es noch so aus, dass wir noch nicht so viel haben im gespiegelten und in 200 CCM ganz zu schweigen! Nun stimmt bitte hier oben ab! Ob ihr noch einen 200 CCM Part so wie diesen haben wollt! Die werde ich wahrscheinlich meinen Freunden privat mehr machen! Also da werde ich jetzt wahrscheinlich keinen Part mehr bringen zu dem gespiegelt nehmen! Aber wenn ihr den 200 CCM genau sehen wollt wie dieses Video dann stimmt das gerne hier oben ab! Und was auch oben verlinkt ist, ist das ganze Gameplay wie es hier eben ist! Ohne die ganzen Cuts die ich jetzt machen und im Nachhinein reingemacht habe! Das ist total ein Zeckerflick! Komm Gabayashi, du hast so viel gefahren, sag was! Okay, ciao! So! So!